Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Bartholow 89 hier im LS22 Hautbellerand Experimentel. Und ja, wir haben Samstag schon knapp 19 Uhr und wir haben uns gepackt, endlich mal beide Felder, die wir haben mit der Weizenernte im Schnee leider ein bisschen Ernte einbußen gehabt. Aber ja, für mich, für mich passt es, es ist alles im Silo. Jetzt, wie gesagt, heute auf Twitter und Facebook und auch in der Facebook-Gruppe vom LS22 habe ich einen kleinen Post dargestellt mit dem neuen DLC, was ich habe ja gesagt, schon länger in dem DLC Vermeer-Paket, der ZR51200. Wir werden die uns mieten, also quasi ist der nächste Schritt, was wir da uns quasi holen werden, uns benutzen für die weitere Maschinerie, den Kuhstall anzuschmeißen, welche neuen Maschinen wir uns da holen. Den BPX 9010, da gibt es natürlich in drei Varianten für den Kuhstall, also Varianten meine ich, dass es in drei verschiedenen Maschinen gibt, die wir da benutzen können, um quasi ein bisschen Tierhaltung, also ganz hinten, Vermeer, Kuhn und den Anderson. Ich habe bis jetzt, also auf der alten Karte der LS19 vergleichsweise einfach mal den Kuhn hier genommen, weil der war einfach für mich damals viel, viel besser gewesen. Und ja, hat natürlich auch so sein mit je. Ja, morgen, wie gesagt, werdet natürlich auch wieder am 13.00 Uhr den Livestream stattfinden. Ich hoffe, dass ich das Video heute noch rausbekommen. Kurz dazu, ich probiere ein neues Tool aus, neue Sachen und wenn es dann wirklich klappt, dann werden, ich weiß nicht, ob es täglich sind, aber einmal die Woche möchte ich schon versuchen, euch auf YouTube ein neues Video hochzuladen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, das sollte eine kleine Info sein und wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Tschüss.